Wuppt! Darf ich vor der Polizei weglaufen? Also natürlich darf man vor der Polizei weglaufen. Man muss nur schneller sein als wir. Gibt es ehrenamtliche Feuerwehrmänner? Ja, natürlich. Ein Großteil der Feuerwehrmänner, die für uns arbeiten, die sind ehrenamtlich. Badewasser übergelaufen, THW rufen unter gar keinen Umständen. Das ist eine Frage für die Hausverwaltung bzw. für den eigenen Wischeimer. Haben Polizisten Angst? Ich habe niemals Angst. Ich auf jeden Fall. Also in gewissen Situationen wird jeder Angst haben. Halten Feuerwehrleute mehr Hitze aus? Nein. Wir sind Menschen wie alle anderen und irgendwann sind wir gekocht, wie alle anderen Menschen auch. Wofür steht THW und was macht das THW eigentlich? THW ist eine Abkürzung für technisches Hilfsfeld und in der Bundesrepublik Deutschland zuständig für den Katastrophen und den Zivilschutz. Darf die Polizei ein Auge zudrücken? Niemals. Auf keinen Fall. Augen werden nicht zugedrückt. Also in jedem Falle nein. Essen Polizisten nur Donuts? Also ich esse sehr gerne Donuts. Keine Ahnung, ob das alle tun. Wie lange braucht die Feuerwehr, um einsatzfertig zu sein? Wir sind ja generell immer einsatzbereit auf der Wache und bis wir dann umgezogen am Fahrzeug fertig sind, kann man sagen, dann vergehen so meistens 30 Sekunden, 45 Sekunden, mal eine Minute. Nachts vielleicht ein bisschen länger. Was machen Polizisten, die jemanden erschossen haben? Ja, kann ich nicht genau sagen, denn ich habe glücklicherweise noch nicht schießen müssen und hoffe auch, dass ich nie schießen muss. Grundsätzlich werden diese Kollegen natürlich erstmal sehr betroffen sein, denn das ist alles andere als alltäglich in Deutschland. Sicherlich wird der Kollege auch psychologische Betreuung brauchen. Wie verträgt sich das THW mit dem normalen Beruf? Eigentlich gut, aber der Arbeitgeber braucht eine Menge Geduld. Sind Polizisten immer im Dienst? Ja, also generell gilt, natürlich haben auch Polizisten Ruhezeiten und Freizeiten, aber wenn man den Verdacht einer Straftat hat, kann man sich jederzeit in den Dienst versetzen. Sexy Feuerwehrmänner, Kalender 2017. Ja, was soll ich dazu sagen? Gibt's mit Sicherheit? Gehöre ich glaube ich nicht zu. An THW-Mitarbeiter alle einen langen Schlauch. Nein, wir sind nicht die Feuerwehr. Robocop oder John McLean? Dann entscheide ich mich für Robocop. Ja, diese Frage schiebe ich. Das war's schon? Ja. Ach, das geht ja fix.